Wie bitte? Cruise Beckham soll vergeben sein, und das nicht erst seit gestern. Somit wäre der 16-Jährige der dritte und letzte Sohn von David und Victoria Beckham, der sein Herz an eine junge Dame verschenkt hat. Denn seine älteren Brüder Brooklyn und Romeo schweben schon seit längerem auf Wolke 7. Bliss Chapman heißt das Mädchen an Cruise Seite. Sie ist die Tochter des 90er-Jahre-Models Rosemary Ferguson und war 2015 sogar Brautjungfer von Kate Moss auf deren Hochzeit mit Jamie Hinz. Ihre Beziehung bestätigt haben die beiden Teenager zwar noch nicht. Das ist bei diesen vielsagenden Bildern auch nicht zwingend nötig. Hand in Hand schlendern die verliebten Turteltauben auf neun Aufnahmen über ein Festivalgelände im englischen Reading. Cruise und Bliss sollen bereits seit einem Jahr zusammen sein. Vergangenen Juli wurden sie erstmals gemeinsam gesehen. Jetzt zeigen sie sich zum ersten Mal öffentlich. Sichtlich voneinander angetan laufen sie dicht an dicht mit verschmitzten Gesichtern nebeneinander her. Und die beiden scheinen nicht nur ihre Gefühle füreinander zu teilen, sondern auch ihre Liebe für Mode. Beide tragen ihre Outfits im angesagten Oversize-Stil. Mit ihrem Fable für Fashion ist Bliss bei den Backcamps so oder so gut aufgehoben. Und wie er die beiden. Also sehen sie mit dem auch wieder. Tschüss.